Willkommen zu einem neuen Part von WebplaySonicAdventureDX. Im letzten Part ist ein bisschen was passiert. Soviel, dass ich nicht mehr weiß. Wir haben gegen Sonic gekämpft, wir haben gegen Chaos gekämpft und so weiter und so fort. Und wir haben ebenfalls, wir waren nochmal in der Vergangenheit, nochmal ein zweites Mal. Und wir haben die Teile des Martimals zurückgebracht, aber wie man hier sieht, ist es noch nicht fertig. Es ist noch nicht komplett. Er hat Knuckles hier reingeguckt und gesehen, auf dem Eck-Carrier sind noch Teile. Also die restlichen Teile ist auch da. Und die müssen wir finden und Knuckles hat E-102 Gamma vorbeilaufen sehen. Deswegen will Knuckles dem jetzt folgen. So finden wir, wie er auf den Eck-Carrier kommt. Eck-Carrier. So. No trains are currently in service. So. Weil wenn kein Zug gerade... Weiß dann gehen wir nochmal ab. Und wir... Los gehen. Die Ladezeit ist sehr, sehr kurz. Ja, da hinten... Da hinten ist was. Da hinten gehen wir hin. So. Ja, man dankt es hier lang zu gehen, das ist einfach verdammt entspannend. So. So. Hm. Just what I thought. Time to make a house call. Die Ladezeit ist sehr, 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 Jetzt werden wir sehen, wer so schnell verabschiedet hat. Ich kann sensen, dass die Emeralds hier irgendwo sind. Irgendwo? Ich frage wo? Was ist passiert? Ah, das Ding ist immer geändert. Ich sensen die Master-Emerald. Es kann nicht weit von hier sein. Der Typ ist echt hier... Er findet sich echt geil. Wenn ihr so hier ist ein Eggman-Face, da ist ein Eggman-Face. Nein, der ist überall ein Eggman-Face. What the fuck? Eieieiei, der Typ mag sich echt so. Selbstverliebter Depp. Wo ist diese Ringbox? Das? Da. Okay. Stage 5 Skydeck. Das? Oh... Toll mal! Mach mal! hier. Ah verdammt! Oh, wir müssen noch mal. Okay, sag mal. Ach verdammt. Ah, hier vorne. Er trillt da einfach mal nach rum. Oh Gott. Okay, hier ist nichts. Oh, habe ich noch was? Ah, hier ist nichts. Hier ist nichts. Auch noch mal. Ja, gehen wir auf. Ah, hier. Hier wäre so eine Stelle. Ja, okay, er ist hier. Wunderbar. Fehlt nur noch ein Stück. Oh! Wie ist das? Zufällig ist das die Frage, wo man jeder Nacht ist aufgebaut. Hm. Komisch. War hier noch mal nicht da? Ja, aufschschau. Hier ist ein Ort, wo du es tun kannst. Oh, 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 oh. Zeig doch alle Gegner. Ah, okay. Dirk, wo? Zum Rekt, ja. Wunderbar. So, spannend. Okay. Okay. Hier. Warum? Wenn das Schiff sich neigt, wenn sich die Türen öffnen. Achte auf die Falle an Gegenstände. Okay, wie bekommen wir es jetzt dazu, dass das Schiff sich neigt? Ähm. Ja. Wie kriegen wir das jetzt hin? Dass das Schiff sich neigt? Nein. 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 Steht da einfach? Das ist nicht in Ordnung. Alter. Geil. So. Schiff. 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 Er hat doch gesagt, dass wird sich das öffnen. Es ist ein Schiff, und es ist nicht offen. Mann. Wer will denn hier bitte schon frei, wenn ich hochklappen werde? Nein... Ah, ich glaub ich weiß... So... Jetzt müssen wir nochmal... So... Probieren wir es mal damit... Ja... Sieht gut aus... Okay... Okay... Das klingt auch nix... Ja... Bounce! Cool versteckt... Haha... Kommt die ganze Zeit irgendwelcher Scheiß entgegen... Oh mein Gott... Shit... Der letzte verletzte Teil! Alles klar! Jetzt, um die Master-Emeral... Huh? Oh... Oh nein... Nicht wieder... What is the meaning of this? Die Arm-Jaws... Hey! What happened here? I couldn't stop them! They came! And my father! I had no idea... How bad this would turn out! I'm shocked! Look! It's the Emerald! Wait! Is this a dream? It's more like a nightmare! It's more like a nightmare! Your friends are in front of the ship fighting! Help them! Yeah... Look, it's all about this... East Pass... ...200 point... That East Pass... ...3... I finally found all of the missing Emerald pieces, but... I still can't figure out that creepy monster! Huh? What's that? Hu-hu-hu-hu-u-hu-hu-hu-hu-hu-hu! A hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu? Oh no... Soll dem das... Na ja... And we're gonna... ...ie's a f' redesign... Sonic. Not again! I hate you! Hey, Sonic! There you are, Knuckles! About time! I will return! Eggman, come back! I'd better let Sonic handle it from here. He'll do okay. Now, I must return to Angel Island, and the Master Emerald. No, it can't be! I guess he didn't get enough the first time. You can't stop me from restoring the Master Emerald! Let's go! Bosskampf gegen Chaos 6! Chaos 6! Yeah, this time... What the... And, just like Sonic. What the fuck? It's open! Why is it open? Is Sonic or something? What the fuck? What the fuck? Give me the ring! Give me the ring! Boom! Boom! Come on! I can even say... I could even say... ...that's better than he'shal. Eeeeeeeeee! Heeeek! ...heeeeh... ...heee... ...what's a bit harder to do. IgGh! Assert! Verstehendes Schneider Boom 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 Yeah Bedeu Das kommt immer her Das heißt nicht, dass du direkt im Boden versinken sollst So 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 Is that all you've got Yeah, you're finished What's left now is to return the Master Emerald safely to my island So 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 Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr erfahren über das Ganze, weil Nuckles war ja dreimal in der Vergangenheit, weil er schon ein bisschen damit mehr gemacht hat und der Song Nuckles Team ist einfach geil. Sagen wir mal kurz zu. Okay, jetzt muss ich mal wieder vorbei reden. Ihr könnt ja auch auf YouTube suchen, nach dem Theme. Ich muss ein bisschen reden. Das Nuckles-Spielkonzept gefällt mir. War auch gut. Einige Facts haben wir schon gefunden und was ich verdammt kacke fand, war hier was bei Casino-Hasino-Bullich. Ich werde das nie richtig aussprechen. Das könnt ihr mal so was von... Wenn wir da noch eine... Ja, wir müssen da noch mal bei Amy. Ich werde das nicht richtig aussprechen können. Casino-Pullis. Keine Ahnung. Ich kann das... Ich kann das nicht anders aussprechen. Casino-Pullis. Casino-Pullis. Kack-Kack-Wort, ey. Muss man eben mal mal sagen. Da das mit der Sonic-Statue, dass man die zerstören kann. Ey. Woher soll ich das denn wissen? Ey, woher soll man das denn wissen? Ich hab das nur... Das sah da nur so komisch aus, wenn ich da draufgekommen. Das war... Das war die Lösung. Okay. 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 Sonst, ja... Ab und zu kleinere Bugs haben mal in die Wand geglitscht, aber deswegen nicht gestorben. Deswegen... Gut. Vielleicht. Gut. Vielleicht. Ich sag mal, ein Bug oder ein Glitch ist so lang für mich persönlich okay, solange ich dabei nicht sterbe in dem Spiel. Wenn ich da sterbe, dann find ich den Kack hier. Sonst ist der einfach nur witzig. Okay. Äh, kann ich noch irgendwas... Ja, wir haben ein bisschen mehr erfahren über das ganze... Ähm... Hier über die ganze Story mit... Was da passiert ist mit Tikal und ihrem Vater. Aber wenn ich durfte mal was... Was Sonic das ein... Äh... Sonic... Das Knuckles das nicht rallt. Dass das, äh... Echidnas sind und dass das... Einfach mal... Da... Wo Tikal das mit dem... Was er als Alptraum bezeichnet hat. Dass er das nicht einfach checkt, dass er... Dass das die Insel ist, die er beschützt muss. Die er beschützt muss, aus so einem Grund. Jetzt versteh ich nicht, dass er das nicht rallt. Naja. Ähm... Gibt es noch was? Äh... Ich glaube nicht. Ja, da war ich hier wieder mal mit dem... Ähm... Affen-Teil zum Affen-Zerstören. Da waren wir wieder so mit... Ja, woher soll ich das denn wissen, dass ich das genau so machen... Dass ich das machen soll? Ähm... Ne? Das hat man, glaub... Sehen. Mit... Ja, dass ich den einen Affen zerstören musste, um da rauszukommen, das war mir klar, aber... Das ist der zweite Affen mit dem... Ähm... Red... Zu Red Mountain Stage. Oder soll ich denn wissen, dass ich den zerstören musste? Habe ich... Was stand da nirgendswo... Und... Ähm... Geht das? Na doch, ich glaub das muss man... Ich glaub... Warte... Naja... Man kann... Nach dem Knuckles-Fight kann man gegen... Kann man mit Knuckles spielen. Und wenn man... Einfach denkt... Ich will jetzt so... Ich hab keinen Bock mehr auf Sonic, ich will jetzt erst Knuckles... Dann weiß ich das nicht davon nicht. Das ist doof. Das ist schwerer Schade. Und ein wunderbares End... Äh... Bild... Zum Ende von ihm... Knuckles... Okay... So... Hört mal, dass wir hier auf den... 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 Gut... Falscher Knopf... Okay... Select your character! Warum sagt Sonic das? Wir haben jetzt die Hälfte an Charactern durchgespielt... Und die drei habe ich heute fertig gespielt... Das ist eine Aufnahmesession... Ähm... Wir spielen als nächstes Amy... Danach E-102 Gamma... Danach Big... Weil ich auf Big... Äh... Ich kenn Bock habe erst mal... Eher auf ihm... Aber... Danach kommt Big... Er freut euch schon mal auf das nächste Mal mit... Amy... Auf die Story... Woll ich mal sagen... Wir sollen es beim nächsten Mal wieder... Bis dahin... Ah... Tschö...